Der Herr sei mit euch, Mutter und Gäste, aus dem Heiligen Evangelium von Lukas. Wir wissen, dass er in jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschickt sei, sagte Jesus, Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden. Sie fragte ihn, Meister, wann wird das geschehen und an welchen Zeiten wird man erkennen, dass es beginnt? Er antwortete, gebt Acht, dass man euch nicht irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Und wenn ihr von den Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken, denn das muss als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Tumasnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Meine Lieben, es werden gewaltige und schreckliche Dinge geschehen. Und sie geschehen laufen, nur bei uns kaum medial wahrnehmbar, denn es ist ein großer Filter, der verhindert, dass viele Informationen erst gar nicht zu uns gelangen. Jesus geht es darum, dass wir in hier und jetzt treu sind, dass wir in der Lebe, in der Demut, in der Hinterarbeit leben, dass wir uns des geistlichen Kampfes bewusst sind, in dem wir stehen. Und dass der Feind gewaltige Anstrengungen auf sich nimmt, um diese Welt ins Warten zu bringen und den Menschen vom Glauben abzubringen. Für uns ist wichtig, dass wir die Ruhe bewahren, dass wir im Gebet, in der Heiligen Messe, in den Sakramenten, in der Heiligen Schrift und vor allem auch in einer guten christlichen Lebensführung unsere Zufrucht finden. Und vor allem die Gottesmutter Maria, sie ist die mächtige, endzeitliche Frau, die uns in der Offenbarung des Johannes geoffenbart ist, die der Schamme den Kopf zerträgt, die ungefleckte Empfindung ist. O Maria, ohne Sündempfang, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zufrucht nehmen. Sie ist die Siegerin unter allen feindlichen Mächten, unsere große Hoffnung. In ihr hat der Feind keine Macht über uns. So, wollen wir uns nicht beirren lassen. Das ist auch der Grund, warum Jesus das so beschreibt, die Katastrophen, dass wir uns nicht beirren lassen, sondern, dass wir immer zu seiner Mutter flinken. Jesus selbst will das Reich ihres unbefekten Herzens hier auf Erden aufrichten. Und es wird kommen, aber erst dann, wenn alles, all diese grauenhaften Dinge vorbei sind. Die Menschheit muss ihre Strafgerichte erlicken, um zur Umkehr zu kommen. Für uns ist wichtig, dass wir treu im Glauben bleiben und dass wir uns durch nichts aus der Fassung bringen lassen und unseren Weg gehen bis ans Ende. Auch wenn die Mächte des Himmels erschüttert sind, der Herr hat doch alles in seiner Hand. Amen. Vergil' es Gott. Amen.